Der Gottlieb hat mir versprochen, jeden Abend persönlich auf den Dachboden zu gehen, um persönlich nachzuschauen, ob kein Brandstiefe da ist. Sind Sie eigentlich wahnsinnig? Mein gleicher Dachboden, folgen Sie! Drum, Herr Biedermann, rauchen wir hier auch nicht. Was in der Luft? Ein ganz besonderer Duft, der so verlockend ruft. Das ist kein Alltag so trübe und grau, das ist ein Tag wieder frühlich so blau. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass heute noch was passiert. Mir ist so komisch, zumute, ich ahne und vermute, heute liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der liegt heut in der Luft. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass heute noch was passiert. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass heute noch was passiert. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass heute noch was passiert. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass heute noch was passiert. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass heute noch was passiert. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass heute noch was passiert.